Hallo meine Freunde und willkommen zurück bei Fallout 4. Nicht mehr im Vault, heute machen wir wieder weiter mit Questen. Sonst musste ich hier schon eine Pause machen, weil R404 fängt schon wieder das Quatschen an. Wahrscheinlich habe ich wieder Zuneigung gekriegt. Was ist mit dir passiert? Ja! Exakt. Mara. Na, das merkt man sich doch einfacher. Können wir noch mal mit dir reden? Nichts. DocMid hat was gefunden, wie es aussieht. Ja, wir machen weiter mit der Quest vom Porno-Balken-Paule. Und um ganz ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr, was wir jetzt machen müssten. Noch eins vorweg. Das Video wird heute wieder auch spät rauskommen und ich werde wahrscheinlich... Ich werde wahrscheinlich die Upload-Zeiten ein bisschen nach hinten verschieben müssen. Ähm, weil ich teilweise echt morgens zu gar nichts mehr komme. Wie jetzt so heute, jetzt ist es... Es ist schon nach 15 Uhr und ich nehme das Video jetzt gerade auf. Ähm... Was wollte ich nur mal noch sagen, weil es jetzt doch... Mich nervt so ein bisschen selber diese Unregelmäßigkeit, die gerade ist eben dann, weil das Internet nicht ging und so weiter. Aber ich werde das einfach ein bisschen nach hinten schieben. Ich weiß jetzt nicht, wann ich dann Fallout und so weiter immer mache. Vielleicht mache ich es einfach erst so... Sagen wir mal zur, Anführungsstrichen, Feierabend Zeit, dass ich meine... Dass ich meine Videos, äh... Uploade, jetzt muss ich mal ein bisschen hochdrehen. Ich mag doch das Lied so gern. Ah... Für mich ist es das Meisterlied. Da muss ich immer an den Meister denken. Oh, wen haben wir denn da? Denton. Ah... Cooles Outfit. Was ist denn das für ein Outfit? Ich bin hier, um dir zu helfen. Du hast es bereits. Das wäre ein Snack-Cake, wenn es für dich wäre. Insofern, ich glaube, du bist mein Verwaltung. Hm. So viel für Loyalität. Aber ich glaube, es geht nicht. Der Fakt ist, die Ghouls schüren meine Legen so schlecht, es fühlt sich als Bubblegum. Also, ich werde schon lange aufhoben werden. Also, du hast die Schläge vergessen? Vielleicht wäre es gefährlich, aber du hast mir und unsere Arbeit eine Service. Ich wäre glücklich, um zu helfen. Das ist das Geheimnis. Naughty Bilder machen Menschen schreckliche Dinge. Aber du hast es für die richtige Grund. Hier sind die Noten, die ich habe an den anderen Priesten. Es gibt vielleicht Trappen, vielleicht Tomben, wer weiß. Aber du hast die Schläge, und der Katte, wie sie sagen, ist in der dritte. Denton's Notes. Das passt ja gerade. Ich muss in die Kirche rein. Schauen wir mal, was in den Notes steht. Diverses. Ja, ich komme momentan allgemein ein bisschen weniger zum Zocken, wie ich gerne würde. Ich bin zum Beispiel auch mit Fallout 2 überhaupt noch nicht weitergekommen. Der Plan wäre eigentlich, dass die ersten Folgen schon lange draußen sind. Aber ich komme einfach nicht hinterher momentan. Das ist ja geil. Echt? Ich komme wieder mit zu rätseln. Wildwoods Cemetery. Divers. 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 drei Schlüssel finden. Oh Gott. Kommst du jetzt her? Jetzt noch. Dieser verfluchte Nebel hier. Hier Spur. Das ist ja fast ein bisschen unheimlich. Schwebt die Brille bei euch auch? Könnt ihr da mal bei euch nachgucken, ob das bei euch auch so ist? Ja gut, ich glaube ihr braucht die Mod dafür. Ich glaube das hier so eine Anspielung ist. Voltek Lunchbox mit dem Namen Anna drauf und hier schwebt eine Sonnenbrille. Als wäre hier ein Geist. Nehmen sie mit. Da brauche ich den Schlüssel. Ah, okay. Jetzt muss ich nochmal lesen, was da stand. Das ist ja die Kirche jetzt hier, oder? When the light of the five stars shines upon our savior, he will reveal the way forward. Oh Gott. Jetzt ist lustig. Ah, da oben. Okay. Aha. Das ist nicht einfach. Jetzt fehlt noch das untere. Was würde das untere sein? Letzte? Jetzt ist das wieder aus. Sieh fix. Ah, jetzt aber. Oder? Oder war... Ich bin voll schlecht in solchen Rätseln. Jetzt fehlt das da oben wieder. Wie ist denn das da? Jetzt fehlt das da wieder. Drück nochmal die 1. Kann ich das nochmal resetten? Ah, 4. Also 4 ist das da oben. Das 3 macht... Den links an und der rechte ist aus. Was war 2 nochmal? Sind die da oben aus? Ich kann das nicht. Ich kann's doch. Jetzt leuchten noch alle. Und jetzt? Achso, jetzt geht der Save auf, oder was? Tatsächlich. Ha. Da haben wir ihn ja. Okay. Dann können wir direkt zum nächsten gehen. Ja. Und eben, wie ich vorhin schon sagte, ich komme nicht mehr so viel zum Zocken, wie zum Beispiel. Ich konnte jetzt heute auch nicht Endroll aufnehmen. Ich habe... Ich wollte eigentlich heute wieder ein paar Folgen aufnehmen. Ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Aber... Tja. Ich schoss eben leider sonst nicht anders. Investigate the church near Hyde Park in Suffolk County. Find the key at Wildwood's Cemetery. Gut. Wohin denn dann als nächstes? Suffolk County war doch hier unten irgendwo. Gehen wir mal da hin, zur Schule. Das war doch, glaube ich, da, wo die ganzen pinken Ghule waren. So, also was sagt jetzt die Christa genau? Investigate the church near Hyde Park in Suffolk County. Hyde Park ist da. Okay, Kirche. Ich glaube, da war hier irgendwo auf dem Weg eine. Ich bin mir ja nicht sicher. Da, genau. Suchstrahler? Da waren sie schon. Unsere... Unsere lila Hansen. Was macht denn da das Licht? Ist da einer drin? Ah, Bruderschaft. Danke fürs Aufräumen. Ich nehme mal das Zeug hier mit. So, was stand denn hier jetzt in den Notes von Denton? Ah, Suffolk County. The higher you climb, the closer you will come to God's embrace. There, there at the summit, do not be afraid of the light, but rather look inside. Also, je höher du klettern kannst, das heißt, wir gehen einfach mal ganz nach oben, würde ich sagen. Ah, Bruderschaft hier hat ja alles fest im Griff. Aha. Inside the oil lamp, you notice something sparking. You empty the contents and find a key. Yay. Auch wieder geil gemacht. Begrüße ich sehr solche coolen Quests, irgendwie. Wenn sich da jemand wirklich so die Mühe macht und sich diese Sachen ausdenkt, wo man auch ein bisschen knobeln muss, finde ich echt nett. Boah, ich glaube, ich hoffe, das wird nicht zu dunkel gerade in der Aufnahme. Ich habe, glaube ich, mal rüber geguckt, habe fast selber nichts gesehen. Ähm, wo ist er denn? Der Fröthof da. Schauen wir, vielleicht ist es wieder ein Tag, bis ich dort bin. Boah, was habe ich hier gerade getrunken? Das ist so süß, dass wir... So... So... Da war es jetzt irgendwas mit dem Schatten am Mittag oder so. Also in der Gruft. Was für eine Uhrzeit haben wir denn eigentlich jetzt gerade? 1544. Das ist nicht gut. Kann das Spiel sie nicht einfach umbenennen in Mara? Ich sehe schon kaum, ich vergesse den Namen. Schon tot. Ja. Finde ich immer wieder nett. Ähm so. Nicht so aggressiv doch mit. Das ist nicht gut fürs Herz. Das ist eine Gruft eines Apostels. Finde ich das jetzt einfach so? Oder muss ich da jetzt echtes mit dem Schatten machen? Wäre natürlich schwierig, wenn jemand keinen so guten PC hat und muss bei Fallout die Schatten ausstellen. Wenn man das wirklich so lösen muss. Hm. Haben wir alles mit jetzt? Keine Ahnung. Kann ich mich hier irgendwo hinsetzen? Moment. Hä? Auf meinem Pipo hört es doch gerade. Ach das ist meine Uhrzeit hier. Wer zeigt nicht die Ingame Uhrzeit an? Hä? Okay. Okay, dann warten wir einfach mal drei Stunden. Kann das mal zum Schiffen aufhören? Ist ja unglaublich. Das ist unglaublich. Muss ich nochmal lesen. Not. Schiffen. At Mide, the shadow of the center tree will point to the tomb. However, the key is in a separate tomb one of a trusted apostle. Okay. So the question is how many apostles and where are they buried? I'm guessing the gravestones they used will look similar. Hier lies der Noon-Priest. May he always rest in der Midday-Shade. Ah ja, mit ihm oder seinen Aposteln, buried in der Nachthäuser, die die gleiche als unser Lord und Saviour sind. Okay, das merken wir uns mal. Wie nett ist das gemacht? Ich komme hier ein bisschen vor wie in die anderen Trones. Aha, Moment. Moment. Was meint er? Okay, so die Frage ist, wie viele Aposteln, ich denke, die Gravestones, die sie benutzen, werden ähnlich wie der Noon-Priest sehen. Also muss ich einen finden, der genau so aussieht. Und? Hier kann ich aber nichts tun. Ah, hier, Noon-Priest. Das heißt, ich muss die jetzt absuchen. In der Hoffnung, dass ich den richtigen erwische. Wie gut, dass ich vorhin mit der Explosiv-Munition rumgeballert habe und die Grabsteine zum größten Teil kaputt geschossen habe. Das ist immer geil. Nix. Mit ihm sind die Aposteln, die in den Nachmitteln, die in den Nachmitteln, die gleiche als unser Lord und Saviour. Das heißt, da kann ich jetzt einfach mal rumrennen und jedes einzelne Grab angucken. Das war schon so. Ich war das nicht. Auf gar keinen Fall. Ich soll, glaube ich, wirklich die Gräber kaputt schießen. Die, wo ich mir schon angeguckt habe. Geht das denn einfach so? Yes. Sowieso... Das ist auch... Ahhhh... Das habe ich ja nett gemacht. Zu Glück ist mir das jetzt eingefallen. Stellt euch mal vor, ich hätte ewig gesucht. Okay, dann haben wir alle drei Schlüssel gefunden. Aber die gebe ich dann erst morgen ab und bin schon sehr gespannt, was da mit diesem, äh... mit dieser Quest-Mod noch so alles auf uns zukommen wird. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und bis dann! Untertitelung. BR 2018